Die Wiener Domizil Diese tolle Leute hier begeistern zu dürfen Dieser Salon stand unter dem Motto Lieber Tango Getanzt wurde zwar nicht, aber auch so kam man einander ziemlich nahe Ich sehe das als eine sehr emotionale Verbindung mit dem Publikum Es ist ja irgendwie ein Team Und ein bisschen andere Atmosphäre Vielleicht als bei einem klassischen Konzert Das ist ein wunderbares Zusammenkommen Künstler, Freunde Es ist ein tolles Netzwerk und vor allem ist es eine ganz besondere Atmosphäre Kartenverkauf für diesen Salon gibt es keinen Man muss schon mit der Dame des Hauses befreundet sein Die deshalb aber noch keine Salondame sein will Nein, ich bin eine Künstlerin Ich heiße Seriana Kuschbler Und unter anderem habe ich ja auch ein Haussalon Ich möchte diese Tradition wieder belegen in Wien Vielen Dank Bravo! 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 Vielen Dank.